und herzlich willkommen zurück zu ultimate nein doom sigil ultimate nein call of doom sigil ultimate macht das so sinn call of doom dann weiß ich aber nicht mal bescheid so da dieser pinkie kann ich am anfang nicht direkt meine waffe ziehen oder was geht doch meine fresse so Ja, das war du mit dir. Okay, you hate me, that's okay. Okay, let's see who comes back. What? Okay, let's see who comes back here. Okay, let's see who comes back. 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 Ah, hier, oder? 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 Das? Ach so. Ah, okay. Dann halt die Seite. Wobei, auf der anderen Seite gabs'n biss'n bisschen Boni, ne? Ah, gut, bisschen Schrotten-Position. Es braucht keiner Oh ja, hier war das mit äh Ich wollte nochmal meine Schutzweste Ich glaube ich weiß sogar wo es die gibt Was ist das hier? Oh Oh Noch mal ein bisschen Munition extra So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken Wo ging es denn hier runter? Was war hier? Dann müsste ich ja 1 zu 1 erstmal rüberkommen Genau, da komme ich nämlich auch hier lang Da geht es nämlich die Schutzweste 3-3 Oh komm her Bad guy So halt nicht Einfach mal die Kappe halten Okay, so viel guten stuff gibt es hier gar nicht Oh doch Der Raketenwerfer Gut das Spielzeug Oh, das Spielzeug Das macht Bumm Und dann sind alle die Gnerve Aua Ah Jutchen Du hast was mit dem Level? Na komm, na komm, na komm Ich hoffe ich schon wieder so kack Ja, 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 komm Friss mich, friss mich Dann dann bis zur nächsten Folge Bis dann